Hallo, ich bin Ursula von Alpin-Lurke und ich freue mich, euch heute unsere neuen Aluminium-Faltstöcke präsentieren zu dürfen. Wenn ihr dieses Paket erhaltet, dann habt ihr hier noch diese Teller, also die Schneeteller, die Wanderteller und die Straßenpfropfen dabei. Ich zeige euch heute, wie ihr die Stöcke ganz einfach und unkompliziert zusammen und wieder auseinander bauen könnt. Und zwar, ihr haltet sie so zusammengefaltet, dann könnt ihr sie zuerst in der Länge nach in die Länge bringen und dann könnt ihr hier die Elemente zusammenschieben. Das braucht manchmal ein bisschen vorsichtige Kraft. Dann könnt ihr den oberen und den unteren Teil jeweils separat im Uhrzeigersinn zusammenschrauben und dann könnt ihr oben noch mit der neuen Aluminiumklappe die Länge für euch anpassen. Zum Auseinandernehmen wieder dasselbe Spiel. Ihr könnt zuerst mit der Aluminiumklappe diese öffnen, die Länge wieder verkürzen und dann die Stöcke gegen den Uhrzeigersinn wieder am oberen und im unteren Teil auseinander drehen. Auseinanderziehen und wieder zusammenfalten. Viel Spaß damit!